Du hast ein Talent! Der packt das, oder was? Erstmal Servus, mein Lieber. Dann nehmen wir den, oder? Wollen wir den? Komm, auf geht's! Trau dich! Also, trau dich dich hier, kämpf dich nach vorne. Ey, Bonngesellschaft! Wir machen ein schönes, klassisches Freestyle-Badden, oder? Sollen wir Jury machen zu euch? Ich würd sagen, wir lassen ein Publikum entscheiden, oder? Ja? Sehr gut. Guck mal! Abzug in der Beerenote direkt! Weißt du, was das war? Brauchst du auf? Auf? Ja. Guck mal, jetzt. Soll ich richtig die Leute sehen, was ich bin? Was? Ja, hast du ein Lied am Start? Nein, ich hab ein Lied am Start. Okay, wie weiß ich. Okay. Viel Erfolg! Ich beife! Regen die Lied in den Eindertum. Schleckgeräusche. Oh, lollig! Wo? 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 Ich hab ja kein Ende gesagt, wer mein Cap abfasst, kann nur ein Dirt von Abderlehn sein. War das dein Mann oder war das das mein Mann? Das war ganz bestimmt nicht mein Mann, weil dann haben wir mein Cap schon direkt abgezogen. Dann einmal Applaus für unseren Sieger hier. Nun fach schon ein Lager gratis, Freunde, lass uns doch mal einen extra Applaus. Ey, so sieht das aus. Wir gehen das morgen noch mal in anderen Staaten, sorry, das ist so sauf und gut und schön, aber pack den Leuten doch nicht an die Brille und an die Kappe oder so, muss doch nicht sein. Wir haben jedenfalls eine schöne Pokal vorbereitet für unseren Gewinner hier. Das ist das Battle Kick, ohne zu battle. Ja, Mann! Battle Kick Leipzig, noch einen Applaus für den hier. Ich sag mal so, was es für's, der hier 2017 zu sein hat, oder? Das war die Wesen im Wesentlichen. Alter, Alter. Ami, Nico. Opa, das war der Aufels Seite. Allinein. Vielen Dank.